Nach gut einer halben Stunde, Goran Stankovic dreht gut auf, schickt Jansscha, aber Köhn im Tor der Bullen. Übernasat das rechtzeitig herrlich. Gnabry, Gnabry gegen Römer, Gnabry, Köhn! Mit einem richtig starken Spiel und Thomas Goiginger mit einem guten Abschluss und Köhn fliegt. Split up with that Clarence, bracket hits. Well held, Köhn. Gespielt hat Bernitzny, kommt der Hiss! Krass! Heulund kommt an den Ball, Heulund! Findet Räume, so auch der eingewechselte Stefan Skrupo. Lenz gleiche Höhe, gut gespielt! Und wer ist da? Gnabry! Aber wir sind schon langsam! Die Hütten über Christophag, Bernitzny. Naja, nicht schlecht getroffen, Abfall wird verlängert. Es gibt die Wirklichkeit für Horvath! Aber Köln! Und da ist Hilder! Und das war noch eine Antwort in der Schlussphase. Und wieder ist das ein Rund ab. Also, das ist keine schlechte Marke. Genauso wie diese Flanke eine richtig gute war. Und wir die erste Torchance haben! Haben die Salzburger in der Schlussviertelstunde erzielt. Und wieder der dänische Verzeihung! Geh mal probier! Musst du da hinein gehen? Füllen geht nach innen und füllen! Musik 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 Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018